Lob dir, Christus, König und Erlöser. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig. Ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt. Und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat für euch die Wahrheit, hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Ich habe aber ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu ihm beführe. Diese Werke, die ich vollbringe, lehnen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt je gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie leben Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Herren, empfange ich nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen. Und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinen eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zu glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfandt? Nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose glaubt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben. Denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Wort des Lebens, Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, die Menschen, die Israeliten haben sich ein goldenes Kalb gebildet, weil sie nicht warten, bis Mose herabkommt. Und weil sie einen Gott haben wollten, den sie manipulieren können. Ja, einen Götzen kann man manipulieren, man opfert dem, wie sein Wohl gefällig ist und dann was tut, was man halb selbst meint. Aber das funktioniert nicht. Der Versucher redet den Leuten immer wieder ein, in irgendeiner Weise einen Götzen zu verehren, um das Heil und das Glück sich selbst zu gestalten. Und es ist immer die Hoffnung, dass es gelingt. Aber man gerät nur in die Falle des Teufels. Man geht in all diesen Versuchen ins Verderben. Hier auf Erden und dann auch in der Ewigkeit. Es geht, wie Jesus sagt, darum, dass die Menschen Gott nicht wirklich lieben. Dass sie nicht wirklich ihn suchen. Es ertragen, dass er nicht so unmittelbar da ist und mir verfügbar ist, sondern dass sein Geheimnis bleibt und sich mir schenkt, aber dann, wenn er will, und die er es will. Und dass seine Wege vielleicht ganz anders sind und ich vielleicht lange darauf haben muss, bis er sich mir schenkt, um in dieser Zeit in meiner Liebe, in meiner Treue zu wahrnissen. Dann ist immer wieder versucht, die Nerven wegzuerbten, die Geduld zu verlieren, weil Gott doch nicht so handelt oder Dinge zulässt, die ich mir nicht vorstelle. Auch in der Frage der Bekehrung der vielen Unglaubigen unserer Zeit verliert so mancher Glauben der Christ seine Geduld und will irgendwie in einer gewissen Weise auch geistlich eine gewisse Brechstange verwenden. Vielleicht auch in seiner Frönglichkeit oder auch im zwischenmenschlichen Umgang. Erst wenn wir wirklich den Herrn und seine Klinik und Lügen und begreifen, was es heißt, was Jesus sagt, er lässt es regnen über Böse und Gute und auch die Sonne schenkt über Böse und Gute und er lebt jeden, so wie er ist. in dieser inneren Gleifung. Und wenn es uns wirklich zuerst einmal darum geht, den Herrn zu lieben und diese Freude an der Liebe zum Herrn einander mitzuteilen und nicht in der Absicht die Welt oder den Nächsten so zu manipulieren, auch mit geistlichen Methoden, wie ich es vielleicht gerne möchte. Dann wird der Herr kommen, geheimnisvoll, dann wenn er es wird und wir werden ihn freudig erwarten in der inneren Gelassenheit. Weil wir wissen, er kommt nie zu spät. Er kommt nur zu der Zeit, in der er es für richtig kennt. und seine Weisheit ist von uns so weit entfernt, wie der Himmel von der Erde. Jesus hat gesagt, der Vater legt für mich Zeugnis ab. Es stimmt, denn in der Opferstehung, in der Himmelfahrt, in der Sendung des Heiligen Geistes, in der Gnade, im Geheimnis der Bekehrung jeder einzelnen Seele, die ein Wunder ist, legt der Vater Zeugnis ab in der Kraft des Heiligen Geistes für seinen Sohn. Darauf können wir vertrauen. nur die, die den Herrn lieben, werden dieses Zeugnis wahrnehmen. Alle anderen müssen es nicht wahrnehmen. Wir brauchen Gott nicht beheizen. Wir brauchen Gott nur lieben und ihm vertrauen. Er wird dann alles machen. Amen. Amen.